hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften folge müsste es sein last doch last man standing 6 und heute sind nur anders hat d und ich also haben dort zusammen und wir nehmen jetzt eine folge auf und ja genau bei dir eingeblendet ja ja genau und in 321 so und unser plan ist jetzt ich nehme das lapis dazu hier noch schnell mit unser plan ist unser plan ist jetzt heute nach oben zu gehen also von uns waren da oben zu gehen und sein vertrauensfisch fertig zu stellen und dann wird morgen ist es für euch vielleicht auch nicht morgen aber auf jeden fall wollen wir an demnächst kämpfen ich habe natürlich genau ein plan woher ich kam boom digga habe ich wirklich noch ein bisschen hinein um zu gucken dass sie noch die erst bekommen auf den rückweg hier ist noch ein zombie kommen herr du dummer zombie alles klar ach so soll ich schon mal ich baue mal schon mal von unserer base aus dem weg nach oben das zuckerrohr ist übrigens null gewachsen das heißt hier ist auch keiner im chunk ja gut ja schlecht da hinten ist ein skeletten auszunehm ich mal mit dass wir dinge sie haben als für ein büro und kraften können aber ich baue schon mal wir brauchen leder eigentlich nur das hätte wenig nach oben gekommen so ja genau und wir müssen nach oben gehen ach leute weil ihr so das weil er so gerne alle basiert von mir sehen wollte dass sich aber das coole klicksal kommt bald wahrscheinlich einer fabi man und anderes hd animation wo wir uns kennengelernt haben das war richtig fremden hier okay ja auch weiß nicht mehr wer fabi man ist ne doch ich glaube sogar schon tatsächlich ich habe nur gold gefunden ich muss auch mal eine gold schmelzen das ist noch ein bisschen unten bleibt weil ich 21 gold wir können es auch oben schmelzen wir sind die einzigen auf dem server ja gut 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 ja das ist nicht ich dann überhaupt weiß ich auch nicht hier ist noch mehr gold super und da ist lava ich will egal ich habe gar kein lava einmal im inventar fällt mir gerade auf sehr intelligent auf jeden fall sehr intelligent ich bin auch im pvp scheiß also ja bei mir geht es eigentlich so hatte heute sieben kills in drei job gehabt da hinten ist noch mehr gold fuck it wir haben nur noch zwölf minuten äh 13 ich muss noch ein paar lächer hinein um zu gucken dass wir überhaupt noch die hast bekommen vielleicht ja genau ich habe gold ja cool das hat sich schon gelohnt ja wir haben wahrscheinlich denn zwei gebbels ist krass ich habe schon allein drei gebbels so man mit der mit der lavas abwag wohnen geht es hier noch unter das nur labes lazuli das ist nur ein creeper wir sind höher 22 30 gehen wir auch ganz kurz hier runter oder dann mal hier kurz durch diese höhle aber essen habe ich glaube ich auch nicht von daher ist durch die hülle rennen jetzt glaube ich sieben intelligent aber scheiß drauf ja ich rede jetzt halt die ganze zeit und damit haben läuft auf jeden fall bin ich hoch ja bis oben siehst du mich ja wenn mich mal kurz ich sehe dich nicht aber ich gehe mal kurz zu der stelle weil ich mich ja weil ich mich da schon hoch gebaut habe ja das war ein creeper wieder bei mir weil ich ja mal krippe hochgehen lassen fuck it ich habe irgendwo von irgendwen weg dahin gebaut gerade ist das hier nein hä boah alter ich hasse 1.8 da habe ich immer stand legs fuck it fuck it ich komme gerade nicht darauf klar wo ich mich hier runter gebaut habe eigentlich orientiere ich mich auch ich habe aber nur ein das ist gerade richtig abpacken weil ich die ganze zeit stand leg das ist kacke wo ich muss eigentlich mein mein kopf davon neu starten das hat doch gewachsen bei mir das ist ist bei dir gewachsen ja bei mir nicht also bei mir war es noch nicht gewachsen vielleicht ist jetzt also hier ist der weg hoch warte ich brauche eben dass er es hier ab hier bei den öfen geht der weg hoch ich baue den einfach weiter höher schon mal ich habe jetzt mal genug dias um dinge zu bauen wir sind um dinge zu machen wäre es noch mal ich weiß schon was feine ne genau okay wir schmelzen das oben gehen wir nach oben du musst mal muss mal gucken ich ich gehe einfach den weg so weit wie möglich nach oben soweit wie möglich nach hier ja ja ich möchte ja schon hier ist wieder das stand lexel ist wieder lava hier geht es darum muss mal gucken einfach so weit wie möglich nach oben bin ich gegangen wir werden ja uns morgen umbringen lassen deswegen scheißegal dass wir guter kürzelt oder nicht wir werden müssen händler ich hatte diese stand lexel bei den öfen da geht ein gang nach oben und gehen wir einfach so hoch wie möglich hier war doch wo ich habe ich ja zum ersten mal hingemacht und dann warte ist noch reisen ja da ist überall noch eisen und sonst darf ich habe ich abgebaut ich habe kombinieren aber auch nicht ich höre bist du warte ich komme zurück ja ich ich habe mich nirgends richtig hoch geworden ich habe bloß diesen treppenweg dauer umbaut warte ich graue mich jetzt nach oben wir treffen uns oben okay nein warte warte ich sterbe ich sterbe ich sterbe ernsthaft das skelett scheiß skelett tot ja ist ja du bist du nicht herr du bist überhaupt nicht richtig hoch doch kommen wir ja ich gehe weiter runter ist ich finde ich habe so ein plan die weit weg von mir guck mal ja wo bist du auch hin ja wo wir am anfang an waren und namens mien und da bin ich hoch gegangen du bist extrem weit weg gegangen warten jetzt nach oben jetzt also geht von da außen weg nach oben er macht es ich gehe auch nach oben ich glaube da wo ich nach oben gegangen bin da habe ich gehört mich ja hier habe ich stehe bleib stehen ich sehe dich nicht aber doch da ja jetzt kommt kommt wir haben noch neun minuten was soll man das gerade so ich kann dir hier die dings ist geben aber mehr habe ich auch nicht heute ich hasse stadt lex so dann geht es hier hoch damit hier weiter nee hier ging es jetzt hoch hat er muss eben was essen um zu sprinten jetzt kann ich springen wieder siehst du mich hier hoch hier jetzt den weg hoch und ich muss jetzt nur einmal die sand blöcke davon und dass ich höre kuh gehen wir auch aus mir raus war ein paar nur um ich habe ja eine schaufel wir haben geboren um das wird gut dass die kuh das ist eine kuh das ist eine kuh löscht bei uns ich höre ich höre ich höre die auch das wort warte bitte du mal die kuh Prozent da ist eine kuh da ich baue schon mal die jama ich habe leder gut gibt mir die liege mir leder und ich gebe dir das gold dass du das hier was reinmachen kannst okay du brauchst den die öffnen auf ja okay ich gebe dir die gold du gibst mir das teil okay ich gebe mir leder da ist das leder und ich wollte einmal richtig gut auf er hast du die kohle als ob du nur ein leder hast das ist beschissen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen nur eins ja ein buch ja ich meine immer zwei bücher wird auch ein bisschen dull ne äh holz abbauen wir auch mal schlau wieso brauchst du holz holz kann ich dir geben holz habe ich zu hunderttausend ich muss irgendwas hier ich muss wir haben keine kohle oder hast du die kohle hat katja die kohle scheiße ich habe kohle hier wie ich habe die darunter geworfen gerade ich bin ja ich hab sie was muss ich noch mal machen dass da so das heißt das teile ich hier auf da kommt noch mehr kohle an damit ah das ist das ding sie bricht hier hat nicht super heute könnte er halt auch guck mal alles klar läuft wir müssen auch noch eine das ist erstmal unsere sachen so sinnlos für zauber wie möglich ich verzauber mein diash wird einfach mal als ich habe es kriege ich erst ab 6 aber ich habe auch noch 15 und lasst uns auch noch eisen braten ja gut ich habe einen teil drei stunden wenn dinge ich hab ja noch die aus ich mache mir erst mal schon mal meinen ersten geppel ja beteil uns das gleich auf naja lass uns ich mache noch eben noch dinge erst noch mal exe so die hose verzaubern auf schuhe die kann ich als auf level 1 auf schutz verzaubern heißt vor ich habe ganze zeit stand dinger wir müssen noch bäume abhauen für gewaschen apple weil es wirklich der enderman töten eigentlich nein das steht man nicht sterbe instant warum ich krieg hat alles auf schutz verzaubern und die schuhe jetzt auch noch das wäre optimal die schuhe kriege ich kann auch meine rüstung mal verzaubern ist auch schlau so ich habe meine rüstung komplett auf den sie verzaubert auf schutz weiß nicht ob ich eine 2 5 minuten 25 nur noch was wir auf jeden fall noch brauche ganze teile ab ich habe ich habe allerdings die verbrauchen essen oder also ich habe kein essen ja ja brauche mal aktualität die protection ich habe überall protection drauf so ganze zeit auch bäume abbauen für dinger ja ja ich gucke ich höre ein skelett so schlau nachts einfach draußen zu sein ja aber was bleibt uns anderes übrig ja ich kann hier sachen einpflanzen an der seite hier zum essen ja das wächst aber locker nicht auf dem boden liegen war da auch fleisch drin denn war mein inventar voll ich habe noch ein hühnchen das hatte ich gerade gebraten eigentlich aber mal gucken wir haben jetzt danach noch eine folge aufnehmen können wir nicht wir müssen ja wir müssen hier hochladen vier minuten 16 herz ob ihr keine tiere nach näher sind ich sehe da hinten noch nicht interessiert dass wir jetzt noch machen müssen wenn es direkt bekommen wir gehen doch nicht von server oder so naja aber man sieht das werden so jetzt habe ich noch ein hühnchen gekillt das leder brauchen wir jetzt brauchen wir eigentlich alles nicht mehr aber dann ist noch möglich aus leder nehme ich mal einfach einfach mit falls wir den kampf doch gewinnen sollen drei minuten 53 ich bin lange nicht voll mit essen ich bin ich habe gar nichts mit essen sondern ich bin gerade ein loch eingefallen wo man immer noch dinger ab für äpfel jaja naja ich habe davon schon ein paar bäume abgebaut aber ich schaffe jetzt nicht mehr in der zeit ich lauf gerade vor dem zombie weg drei minuten 31 essen ist wirklich ein scheiß probleme ich habe jetzt genug essen ja so ich habe ich habe ich habe ich kombiniere jetzt auch mein schwert wenn ich noch was eine bessere bezauung bekommen warte ich kann hier denke ich kann die 19 eisen gehen ach so ja ich ich habe kein tier schwert ich könnte mir alle höchste ich habe gerade das eisen gedroppt das ganze von daher ist bei mir sowieso ja hier kann ich ein tier schwert geguckt und wenn ihr was gutes drauf ist ich brauche sieben level ich habe wir hätten doch die eisenschwerter verzaubern sollen so was los ich bin eisenschwerter zu verzaubern wenn wir keine level haben ich bin jetzt gerade mal voll ich bin nicht mehr voll mit essen aber ich habe noch knochenmehl ich habe noch richtig viel knochenmehl hast du hast du weizen angepflanzt nene alter ich habe ich habe standbilder ganze zeit scheiße hast du jetzt das ganze eisen jahr hast du hier ist ein hund ja schön scheiße ich habe das ganze knochen die knochen links die gerade noch mehr umgewandelt ich habe ich habe ich habe knochenmehl er macht schnell kommen ja ich bin gerade noch ein paar für level also so das heißt wir machen jetzt mal hier schnell ein bisschen weizen noch ein die vor nur noch ein mob hier ist noch ein bisschen zu warten fackelt ich muss nur kurz gucken was ich hier wegschmeiß auch die holzspitzen gebraucht nicht mehr so ein hase kann ich die neben tüten so eine minute 35 so passt die sie locker wir haben lieben sie ja geil oder so vielleicht ich baue gerade die ganze zeit noch eine minute ich komme ich kann ich komme wirklich nicht scheiße ja ich komme jetzt aber das problem komme nicht aber wir müssen den scheiß tisch abbauen weil ja oder unter die erde planten weil sonst kann sich verzauern wir müssen hier unter die erde schnell aber ich guck meine freunde ja aber wir sind ja voraus ich bin tropfen ich habe ich habe der ist eben gerade umgelaufen falls wir nicht mehr siehst du es weg ich kann fünf brote machen wir brauchen noch dinger wer ist es noch mal warte 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 fackelt hast du das ganze eisen 41 sekunden ja scheiße ich habe ich habe ein gäbe fackelt ich probiere ich kann mir eine schutz 1 brust noch mal ich kann mir eine schutz 2 brust vielleicht mit glück sogar machen kann ich ich habe nur schutz 2 eisen warte da lasse ich eben noch währenddessen hier noch ein bisschen Fleisch braten 20 sekunden fackelt lassen wir den den amt lassen wir vielleicht alles einfach hier stehen und warte ich mach die merke das ist untergrund aber wieso bist du nicht ab weil keiner hat weil keiner zwischendurch ja wir müssen jetzt schnell wieder auf wie gesagt dass ich ja drunter gebaut oder nicht mal hier runter geschafft ja das war es mit unserer fünften folge katja wird jetzt die fünfte folge noch aufnehmen und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten folge kämpfen und ja sterben ja was vielleicht mal gucken vielleicht vielleicht sehen wir auch nicht das werden wir morgen auf jeden fall sehen ich habe jetzt vier brote oder so reicht jetzt auf jeden fall nicht so krass mit essen und damit sage ich bis zur sechsten folge